Europa heizt sich auf und die Badesaison steht vor der Tür. Einer der Top-Urlaubsziele ist Italien, besonders die malerische Stadt Triest. Doch Vorsicht, in der Region hat sich ein ungebetener Gast ausgebreitet, die Riesenzecke Hialoma Marginatum. Laut dem Triester Stadtmuseum für Naturgeschichte hat die Klimaerwärmung die Winter verkürzt, was der Vermehrung dieser Zeckenart Vorschub geleistet hat, insbesondere im Osten der Provinz. Diese Zecke, die ursprünglich aus Asien und Afrika stammt, ist an ihren gestreiften Beinen und ihrer beachtlichen Größe von bis zu zwei Zentimetern erkennbar. Im Gegensatz zur in Deutschland häufigen gemeinen Holzbockzecke hat sie Augen und verfolgt ihre Beute aktiv über mehrere Meter. Diese Art der Zecke bevorzugt sonnige, offene Flächen mit kurzen Gräsern und Steinen statt hoher, feuchter Wiesen.